Das sind meine Top 10 Nährstoffe für gesunde Haare, Teil 1. Schönheit von innen, ja, das geht wirklich. Dein Körper ist auf die Baustoffe der Natur angewiesen, um Haare, Haut und Nägel herzustellen. Hi, ich bin Marina, Ernährungswissenschaftlerin und die Gründerin von Foodpunk. Diese 10 Nährstoffe sind meine Top-Nährstoffe für gesunde, glänzende Haare. Erstens Zink. Es ist eines der wichtigsten essentiellen Spurenelemente und muss täglich mit der Nahrung aufgenommen werden. Zink trägt zur Erhaltung von Haaren, Nägeln und Haut bei, unter anderem dadurch, dass es wichtig ist für die Proteinsynthese, die Kollagenbildung, die Wundheilung und als Antioxidanz wirkt. Zink findest du in Rind, Schweine und Geflügelfleisch, wie auch in Milchprodukten. Zweitens Omega-3-Fettsäuren. Sie sind Bestandteil der Zellmembranen, die jede Zelle umgeben und schützen. Sie sorgen für die notwendige Stabilität und einen gesunden Feuchtigkeitshaushalt. Omega-3-Fettsäuren finden sich zum Beispiel in Fischen wie Lachs oder Thunfisch. Da man diese Fische oft nicht mehrmals pro Woche essen möchte und pflanzliche Omega-3-Quellen nur ein Zehntel so wirksam sind, empfehle ich in der Regel ein hochwertiges Omega-3-Supplement zur Ergänzung. Folge Foodpunk für die anderen Teile dieser Top-10-Liste. Du willst deine Ernährung optimieren und Haut und Haare zum Strahlen bringen? Dann mach mit uns den Foodpunk Total Body Reset und hol dir den Inner Glow. Und dann mach mit uns den Produkten untertitelt. Vielen Dank.